Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Entschrowled mit mir in den Kabin. Ich bin wieder zu Hause. Ich hab mich nach Hause nicht lokalisiert. Ich hab ein bisschen mein Inventar leer gemacht. Und wie ihr seht, ich hab mir ein paar Steine gepackt. Ich versuche nämlich gerade, oder ich hab mir in der Freizeit versucht so hier so ein bisschen hierin zu bauen. Ähm, blocktechnischerweise. Ich hab gedacht, ich kann das so ein bisschen beschleunigen. Äh, funktioniert semi. Also, es funktioniert, aber nicht so, wie ich das haben will. Also, ich baue das immer ab und dann baue ich das da rein. So, kann ich das schneller und größer abbauen. Ich hab zwar den Materialschwund, aber den kann ich schneller bauen. Hab ich mir gedacht, das ist eine gute Idee. Funktioniert semi. Also, es funktioniert, aber manchmal auch nicht so richtig. Aber jetzt funktioniert. Das ist vielleicht dieser Vorführungseffekt. Ich hab die ganze Zeit gerade gemacht und da hat es nicht funktioniert. Naja, gut. Na, gut. Also, ich versuche so quasi hier unten ein kleines Tierwölbe freizusetzen. Weil der Kabin will hier unten Kisten drin bauen. All das Ofenbohnen, all das richtig Schnicke, dass wir das einsortieren können. Ja, ja. Hab ich vor. Aber ich hab nicht vor, das hier freizupicken. Aber das funktioniert all das nicht so. Nicht so ganz. Aber ich muss, glaube ich, erstmal hier ihn auf Boden machen. Naja, gut. Das war's. Fertig mit dem Keller. Ich hoffe, euch hat sie fallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Schönen guten Tag. Ne, war ein Scherz. Gut, ich hab jetzt keine Steine mehr. Ist jetzt doof. Aber ist nicht so schlimm. Ich hab nämlich noch andere Sachen. Fällt euch was doof? Ich hab einen anderen Helm. Aber nur einen Helm. Denn es fehlen uns andere Sachen. Ich kann mir nämlich andere Sachen herstellen. Ach, übrigens, ich kann mir jetzt auch hier so eine Eximlich-Hoch-Sachen selbst produzieren. Ja, ja, das kann ich. Aber erstmal zu den Klamotten. Ich kann mir nämlich jetzt auch Bronze und Eisen. Ja, Bronze kann ich mir noch nicht, weil ich hab nicht genug Bronze. Aber Eisen. Moment mal. Hä? Ich hab doch da ja für ja keinen Kupfer benutzt. Okay, dann hab ich doch Kupfer benutzt. Wieso? Das ist doch nur... Das ist doch Kupfer. Das ist Eisen. Warum brauch ich für Kupfer Eisen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich schwöre, ich hab da gestern Eisen verbraucht. Da bin ich mir fast sicher. Ich bin verwirrt. Ja, gut. Dann dauert das doch ein bisschen länger. Ich wollte nämlich mir jetzt mit euch eine neue Rütz... Rütz-Dunk herstellen. Aber stell dir jetzt gerade fest, dass das da eigentlich... Ja, nee, das ist... Warte, ich... Ach so, hier ist das Eisen. Ach so, stimmt. Ich hatte Eisen, ihr habt, aber das ist Kupfer. Warum? Warte, warte, warte. Äh, die ist besser. Warum ist denn die hier und die ist da? Die ist ja weniger, aber die ist besser. Sieht ihr? Nee, gut, dass ich die richtig gleich hergestellt hab. Es war natürlich so geplant. Ja, ja, du mich auch. Ähm, ja, gut. Also, ähm, dann würd ich mal sagen, ich guck mal schnell in mein Inventar noch. Nee, das ist nicht mein Inventar. Ja, das ist mein Inventar. Und mach das nochmal schnell leer. Und dann mach mal los, wa? Ja, gut, dann muss ich... Ich hab zwar hier Holzsteine noch, aber ich wollte das nicht aus Holz machen. Äh, das alte Problem... Ich hab 500 und so gesehen und hab gedacht, dass es reicht, aber halt 500, das sind zwei Steine. Oder beziehungsweise... Es war ratzfatz leer, war das. Aber ich hab ja gedacht, ich hab brauche bloß zwei Steine, weil, wie gesagt, ich wolltet ja erst mal bloß freireißen und dann, äh, will er hin und dann will er weg und dann will er hin, aber... Das... Hier steilt es sich ein bisschen schwierig. So, warte mal, das muss ich jetzt auch alles ausleeren. Äh, ach so, und wir könnten, wenn wir nebenbei mal so ein... So, äh, wenn ich dran denke, wenn wir auf den Bauernhof kommen, vielleicht die eine oder andere Erde mitnehmen. Die... Das könnte ich tun. Dann könnte ich mich auch ein paar Beete auch sehen. Äh, sehen. Äh, Moment mal. Da ist ein Ding, was ich eigentlich machen wollte, bevor ich hier habe. Warten Sie mal, dazu brauche ich aber... Genau, das brauche ich eh mal. Ich muss mal nochmal schnell zuhören in unseren Pflanzen. Die ich vor 30.000 Jahren gebaut habe und das euch noch gerne gezeigt habe, glaube ich. Wah? Wiss ich jetzt nicht. Ich habe nämlich hier jetzt auf dem Balkon auch zwei Pflanzen. Das hatte ich aber schon vor ein paar Folgen gemacht, ja. Hier das aber für unwichtig, weil hier ist nur... Ist das jetzt... Ne, Moment mal. Warum ist denn das jetzt hier drin? Fragen über Fragen. Ema Ditta und Ema Ditta. Rezepte. 15 Stück. Ich will Erdbeeren. Mach mal Erdbeeren. Ach, dat... Jetzt weiß ich, warum ich Gerda dazu brauchte. Naja, gut. Ach so, dat brauchte ich für Ditta, aber Erdbeeren und Wasser brauch ich dafür. Ach so. Naja, gut. Warte mal, dann kann ich dat hier auch wieder rausnehmen. Ne, muss ich nicht, weil ist ja ja eine Strinne. Was kann ich denn jetzt damit machen? Kann ich dat jetzt hier ringsherum so sträuchermäßig einpflanzen unten auf dem Boden oder was ist dat da? Ei. Ich habe Fragen. Kann ich mir jetzt eine Hecke bauen oder was? Ich kann mir eine Hecke bauen. Ja, hekt dat oder wat? Na, wie geil ist denn dat? Aua. Mein Bein hat gejuckt. Einfach so. Ohne mich zu fragen. Quass. Äh, quass. Krass. Das ist totaler Blödsinn. Ich weiß. Aber ich mache trotzdem, weil es mir gefällt. Der Dekoman kommt durch. Durch und durch. Ich gehe mal davon aus, dass der dann auch noch weiter wachsen tut und dann kriegt der dann auch Beeren oder sowas daraus oder einen anderen Tierstrüpp. Auf jeden Fall brauche ich keine Esther oder... Esther. Esther, war da jemand? Keine Blätter und so mehr sammeln. Natürlich habe ich so viel Zeit verschwendet, dass es jetzt dunkel wird. Gut, dann warten wir ein paar Sekunden und dann machen wir uns hier los. Jo, hier. Jo, ne? So, jetzt habe ich mich das dann nämlich schon fertig gemacht, ihr habt. Ich habe gedacht, ich kann mir jetzt mit euch eine Rüstung bauen, aber dann fehlt mir ja den Kupfer und den Kupfer kann ich mir noch ja nie herstellen. Habe ich das Rezept noch ja nie dazu? Noch nicht. Naja. Naja. Irgendwann wird unsere Zeit des Kupfers kommen. Dann steigen wir in die Kupferzeit. So, äh, rr. Boah, ich muss mich immer dran gewöhnen, weil in bestimmten Spielen drückst du rr und f. Die Spiele, die gerade zur Zeit spiele oder nur f. Aber hier ist nicht f, hier ist halt r. R und r. Das ist schwierig. Ich habe schon oft genug das gedrückt gehabt und dann hatte ich das ganze Inventar voll. Ja, ja. So. Ich würde kapieren, das ist... Ja, er hat... Ach so, ist ja bloß ihn. Moment mal. Da ist ja Farmboden. Das ist ja fantastisch. Äh, habe ich auch zufällig noch Wasser? Irgendwo schon, weil ich sammle sowas ja mal ein. Ich frage es jetzt wo, aber ich könnte auch vorne am Brunnen ran gehen und mir das Wasser einfach holen. Das könnte ich tun. Prinzess Kohle. Die müsste eigentlich hier unten rinnen. Ja, ja. Ich sehe das jetzt erst mal nicht. Aber ich weiß, dass er da ist. Ja. Ja. Ich gehe noch mal schnell runtergucken. Ich weiß, dass Wasser da war. Weil ich habe es ja weggepackt gehabt. Da ist es doch. Sag ich doch. Es ist alles da. Schmeiß ich jetzt da auch rinnen bei der Inhaber und dann ist es gut. Und dann kann ich mich pennen und dann ist nämlich Ladzeit. Nee, nee, nee. Brechtet mal ab. Kann ich das abbrechen? Ah, das läuft durch. Naja, gut. Dann lasst das mal durchlaufen. So. Titte und Wotter rinnen. So, Rezepte und Erdbeeren sollst du machen. Ah. Ich gehe mal schlappen. Und dann machen wir los. Nee, dann esse ich was. Und dann machen wir los. Weil ich brauche ja Lebensenergie. Hat ein bisschen länger gedauert, der Start. Neun Minuten. Haben wir schon auf dem Tacho. Steh auf. Wo loh ich, du? So, ähm. Jetzt esse ich nochmal schnell was und dann machen wir los. Sag mal, habe ich nicht mehr mit bei? Nee, ist neujahr nicht fertig. Ich bräuchte nochmal für unterwegs ein bisschen was zum Naschen. Die könnte jetzt auch Honig und Sofa naschen. Aber Ausdauer ist ja nie mein Problem. Ich bin ein Mensch, der Ausdauer. Ja, gut. Wart mal, Alter. Machen wir mal schnell. Äh. Äh. Schnecki. So. Wieder schnell. Ich mache nicht alles. Ich mache bloß ein paar. So. Hab mich gerade, äh, dazu entschlossen. Ich lasse das sein. Das dauert mir zu lange. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Oh. Die Inventar ist voll. Äh, die Kiste ist voll. So, das passiert mir zum Glück sehr, sehr selten. Na gut. Aber ich habe ein bisschen was zum Essen mit bei. Alles gut. So. Machen wir so und dann machen wir so und dann machen wir los. Mann, das dauert lange. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, das schneller zu, äh, zu statt zu bringen. So, äh, jetzt muss ich da oben hin, aber zum Glück haben wir ja einen Teleportpunkt da gesetzt. Äh, hier müssen wir hin. Ne, hier müssen wir hin, aber, ne, da müssen wir hin. Also, da müssen wir hin. Na dann, wie, wie. Gar kein Problem. Das schaffen wir schon. Alles. Knochen, ich muss mal kurz was gucken. Aber es ist alles gut. Ich habe nur geguckt, ob das mit der Aufnahme so hinhaut. So, warte mal. Saui-Stock. Ich bin der Meinung, dass ich das aufgenommen habe. Also, ich habe die ja alle hochgespielt. Übrigens, wir sind hier auf dem Bauernhof. Ein Hof der Schweine. Na ja, gut, war. Sind die skilled alles. Aber, wenn diese Power brauchen, das dient ja trotzdem. Äh, ich meinte Trefferquote mäßig. Du Sau bist ja tot. Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, habe ich jetzt den richtigen Knopf gedrückt? Ich war mir nicht so sicher. Links reicht es gerade aus. Oh ja. Das ist ganz gut, weil ich nämlich keine Tiere habe. Eine Sauerei. Den Doppelpack. Boah, nee, jetzt. Was kann ich jetzt gerade sagen? Jetzt visiert er natürlich die falsche Sau an. Boah. Blöde Sau. Ja. Komm mal hier. Keine Sauerei. Mann. Wird ja hier ein hin und her, wird es ja. Naja, nicht hin und her, sondern hin und zurück. Eher. Oh. Da sumstet mich. Summ sie. Da ist ja keine Shithausfliege. So, wir machen mal gleich mal weg, wa? Sieh fest. Nee, tut sie nicht. Sowas von ja nicht. Aber trotzdem, da sind wir tot. Ich sehe schon tode Faulkeit. So, da hinten ist, äh... leuchtenderweise. So, sehen wir hier Farmboden. Nee, aber da ist ein Loch. Und da ist ein Rezept, äh, nicht ein Rezept, sondern, ähm... Eine Kiste. Das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. So. Yay, noch mehr Baublöcke. Aber diesmal diese Baublöcke. Aber da sind die wenigsten freigeschalten. Und hier ist ein Feuer. Noch eine Sau. Wann ist das heute hier eine Sauerei, Alter? Hier ist ja voll die Sau Sache los. Nee, nee, warte mal. Mach das mal nicht. Ich glaube, das ist die... Äh? Also, irgendwie war das gerade mit dem Laufen, der wollte nicht aufhören. Das ist die Aboden, den ich gar brauche. Nee, das ist normale Erde, das ist das. Ich wollte gerade sagen, das ist Machopampe. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass hier vielleicht noch was versteckt ist. weil ich sehe hier so ein, so ein... Bild ich mir das ein oder ist das ein Leuchten? Nee, das geht bloß hier runter. Okay, ich hätte jetzt mir eingebettet. Oder bin ich das leuchtend? Ich sehe, ich bin leuchtend. Naja, gut, warte mal, ich muss erst mal umstellen, falls hier will er... Ich habe ja auch eine Blume im Hintergrund gesehen. Ein Blömschen. Ein aggressives Blömschen. Muss ich vorsichtig sein. Blümchen sind aggressiv. Und gefährlich. Und diesmal halten wir uns an den Weg. Wenn ich weiß, wo er ist. Wo er anscheinend hier lag. Ich bin ja hier lang angezeigt. Also bin ich richtig. Ich bin schon mal lang. Quatsch, Kopf. Der Clown ist, will er da. Was soll ich machen? Kann ich nicht an den nach Hause schicken. Ist ja ein Teil von mir. 200 Meter. This is my way. Ist das jetzt mit die Blümchen, Willa? Ich muss mal was gucken. Äh, ich habe ja... Nee, habe ich nicht. Ja, aber du bist ja trotzdem ein Reichen. Mann, du sollst es explodieren, du... Schöne Fass, du. Der macht aber mächtig gewaltig Schaden. Der Don Schaden hat der noch. Warum habe ich... Ach, ich habe doch die Pfeile menschende Kiste drin. Ich bin ein Idiot. Ich habe sie immer noch nicht ausgeräumt. Ich habe gedacht, das ist nicht nötig. Oh, oh. Gibt es natürlich... Warte mal. Kannst du mal umstellen? Ist für die schneller. Da macht er Bumms. Mann, ich wollte doch wenigstens die Leiche plündern. Aber ich habe ihn auch erwischt. Also er hat sich erwischt. Erwischenderweise. Jetzt muss ich in diese Richtung... Alter, ist doch kacke, ist das? Also das ist kacke von mir gewesen. Weil, wie gesagt... Es war doch klar, dass er sich da... Sprengenderweise benimmt. Und warum bin ich denn da wieder hochgeklettert? Macht überhaupt keinen Sinn. Dieser Unsinn. So. Raus. Mag den nicht. Ich mag das auch nicht, dass ich die Pfeile vergesen habe. Vielleicht sollte ich mal hier kicken. Vielleicht sind ja hier zwei, drei Pfeile. Vielleicht hätte ich ja hier zwei, drei Pfeile mitnehmen können. Und dann hätte ich die auch so erwischen können. Vielleicht wäre mir das ja möglich gewesen. Tätig nur mal kurz nachgeguckt haben. Naja gut, die Punkte verschwinden ja nicht. Äh, meine Sachen so rum. Irgendwann tötet da andere Sachen. Äh, Gegner. Ja gut. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, nimm doch mal den Bogen. Den Zauberstab, wollte ich gerade sagen. Wir sind doch bestimmt... La Ratta. Die noch hatten. Hm. Hab ich's nie gesagt? Hab ich's nie gesagt? Oh, ich hätte die so haben können. Oh, ja. Da leuchtet mir ja wat. Durch die Wand, do ich. An. Bestellet haben. Naja gut, weil ich ja mit dem Bogen schießen will, dann sind... Nimm die mal. Erstmal. Ab und zu ist das ja ja nicht mal so verkehrt. Nein, hör damit auf. Ja, tut schon will er Dinge. So, was gibt er denn noch hier? Was ist denn da? Wer wird denn da abgemokst? Also entweder ist das die Blume... Oh, hier ist Wasser. Oder da ist eine Sau, die sich, äh... Die Blume vorknöpft. Und, äh, selbst vorher knüpft wird. Ach so, Bücher. Bücher. Aber sonst ist hier nix, ne? Macht ja auch keinen Sinn. Gut. Dann nicht. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Sag ich doch, das ist ja Pilz gewesen. Jut, ich hab ja gesagt, Wolf, aber... Kopfmäßig hätte ich gehabt... Bei diesen Nunus. Was hab ich denn nun gemacht? Warum bin ich denn jetzt so grünenkopfmäßig? Stinkig, oder was? Oh, die... Das kann sein, ne? Weil ich sehe jetzt nicht gerade, dass ich Lebensenergie verliere. Ja, jetzt generell nicht. Nee, ich verliere keine Lebensenergie. Dann ist es gut. Äh... Mein Stuff ist ja schon wieder fast kaputt. Hallo, Sie! Die sind mal so leicht. Also... Wenn die nicht gerade mit Granaten auf ihn schießen. So, geh nochmal schnell da oben gucken. Krieg den Ehen auf den Sack. Sterbe und dann erhebe ich wieder. Ja, so ungefähr wird das abgelaufen. Warte mal, Moment mal, warte. Achso, sitzen. Ich will nicht sitzen. Hm. Ich würde jetzt mit gerechnet, dass hier irgendwas ist, aber... Hier ist ja gar nichts. Nur eine... Oh, da ist ein Turm oben drauf. Nein! Ach, Mensch. Also meine Sprungkunst lässt aber heute auch schon wieder... Äh, meine Fliehkunst... ...lässt auch wieder zu wünschen übrig. Ach, ja... Nein, das ist zu hoch. Kabin, das wird so nichts. Das sind zwei Zentimeter zu hoch. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwie so rankommen. Sonst fliegen sie auf die Nase. Damit kennen sie sich aus. Haben sie schon einen oder zwei mal hinter sich. Sag mal, hat der sich jetzt gekillt, oder? Entschuldigung. Da räusperte es mich. Wusten, technischerweise. Sag mal, soll ich erstmal da... Ich weiß nicht. Ich gucke mir das erstmal an, und dann... ...entscheide ich, ob mein Stuff eher hole oder darin hier. Weil das könnte ja interessant sein. Oh, hier ist nur Feuer. Ich wollte jetzt gerade sagen, hier könnte auch was Schönes sein. Könnte wirklich sein, wa? Vielleicht siegt das auch bloß nicht. Ich kipp mir das erstmal da oben an. Ach, schwuft da schon will ab. Das ist ein reiner Abschwurfer, ist das. Ja, bin ich. Ich schwufe hier anab. Schäme ich auch dafür nicht. Nein, Ratte! Das Ratatouille hat gesagt. Ich hab's ja gleich in den Erdreich integriert. Ich hab's ja gleich in den Erdreich integriert. Da wissen müssen. Ganz, ganz vorsichtig. Bin ich vorsichtig. Weit noch nie. Ich krieg langsam Drehwurmkrieg. Moment, ich hab mich doch hier geschützt gehabt. Warum ist die Ratte durchgekommen? Was für eine Dreckgeerratte. Dreckgeer, irgendwas übersehen die, ne? Hallo, sie. Äh, wo muss ich lang? Ich muss da lang. Naja, gut. Brauch ich nicht mehr laufen, wa? Kann ich gleich hin? Oh. Ich hab jetzt bloß den schmalen Balken gesehen. Und hab mir gerade so gedacht... Oh, nicht. Schon vielleicht jetzt selber wie letztes Mal. Ich wäre nicht so gut. Schau mal hier. Ach so. Das Dings hier, äh... Sag mal, hab ich hier... Ne, hab ich doch meinen Platz hier an die Hände gesetzt. Das ist die nächste, äh, Höhle, Dings. Äh... Och, Mann. Äh... Ja, genau. Bärenstein, genau. Mir ist das Wort mir eingefallen. Und außerdem... So, das sieht aus wie ein Höhen-Eingang. Wenn die Ausdauer mitspielen würde. Aber dafür hab ich ja... Ihr sammelt da Weise. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine Höhle ist. Aber ich lass mir eher noch einen besseren Belehren. Kann ruhig eine Höhle sein. Ein Dungeon. Ein schöner Dungeon. Mit schön viel Stuff drin. Ich lass mich nicht ablenken. Ja, ja. So viel dazu. Ich lass mich nicht ablenken. Mhm. Der erste Stuff ist aber schnell kaputt. Naja, gut. Ist grad mal die zweite Stufe. Ich warte mal ab. Ich hoffe, dass da hinten ein Ufer noch was ist. So, dass ich... Das auch reparieren kann. Hier ist nichts. Ist da wirklich nichts? Moment mal, Moment. Moment. Ach, jetzt weiß ich, warum... Ach, jetzt... Ich hab einfach Fleisch in mir in der Kuschel gesteckt. Jetzt weiß ich, warum ich so... Äh... Das muss ich sofort ändern. Weil das wird mir nicht das letzte Mal passiert sein. Das ja, aber... Wo in Fleisch steckt man sich doch nicht in den Mundkabinen? Macht man nicht. Ich glaub, da liegt ne Strin. Das ist einfach nur so. Da, seht ihr. Da passiert ne Strin. Gut. Ihr habt da nebenbei die Möglichkeit... Aber ne, guck das nicht. Ach, ne, ne. Aber du mich trotzdem mit. Siehst du? Da sind ne, hier drin gewesen. Und ein Stein. Du bist mein Stein. Ein wunderschöner Stein. Er ist rund. Und steinig. So, du bist knorki. Jetzt gehen wir mal kurz. Ist der tot? Ja, der sieht sehr, sehr tot aus. Ne, ist er nicht. Gut. Ich kann mich auch getäuscht haben. Ich muss mal kurz weg. Der ist ja mal doof. Kannst du mal hier die Ecke wegsprengen? Ach, das funktioniert nicht, oder wat? Oh, warte mal. Er ist runtergekommen. Na, so ein Loh. Der ist ja mal dumm. Er ist da da oben geblieben. Er hat mich besiegt. Aber so nicht. So nicht. Ich kümmere mich erst mal um den. Bevor ich meinen Lufel einsammle. Ich glaube, das ist für mich ein Sünder. So. Du Luchten. Jetzt kann ich gar nicht mal in Staffel holen. Und das ohne zu sterben. Krasse Nitte. So, hier ist aber auch jede Menge Eisen, wa? Ja, ja. Ein Eisen. Jede Menge Eisen. Ja, ja. So, hier ist... Das ist eine Mine. Klingt komisch, ist aber so. Der ist da oben. Der ist da. Da ist eine Pfanne. Aber die Wauzis kommen noch nicht, ne? Hallo, ich bin hier. Guck mal. Oh. Äh. Achso, ich kann auch hier lang laufen. Eine Höhle. Der Finsternis. Jetzt muss ich mal aufpassen, ob hier hinter mir keiner kommen tut. Tut und Teten. Könnte nämlich für uns schwierig werden. Oh, ich muss da lang. Da ist ja Wauzis. Aber da ist, äh... Was ist denn da? So, weil das da niemals um... Achso, wie ein Erz war. Denke mal, da ist Clayward versteckt. Höhle. Höhle. Habe ich nie gesehen. Habe ich nicht gesehen. Kann passieren. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe ja jetzt einen Bogen. Warte mal. Nein, nicht weggehen. Du, 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 Hannes, du. Ach, du bist doof. Höhle. Höhle. Ja, ob das was gebracht hat, weiß nicht. Hallo. Auzi. Du machst Schaden. Deswegen mach ich mal lieber so, wa? Sprichenderweise. Ich geh mal da ganz hoch. Hä? Es hat ja jetzt gerade so gut funktioniert mit dem hoch, wa? Ja. Genau aus diesem Grund ist es da ganz gut hochzulaufen. Bitte, Jove. Oder nicht? Ja, mach doch meine. Willst du dein ewig Leben? Ah, zwei Sekunden länger würde schon reichen. Ja, erstmal richtig fett loopen, wa? Prioritäten. Alter. Da setze ich mir mein Leben auf Spiel. Für eine Granate, oder wat? Wird die Kette hoch, äh. Ich hätte da hoch hüpfen können. Äh, schweben können. Äh, nee, äh, hoch hangeln. Jetzt hab ich ja alle durch. So, warte mal. Ganz vorsichtig. Nicht, dass ich ihn auf die... Oh, darum hab ich auch ja nicht drauf geachtet. Ja, hab ich. Jetzt war ich mir nicht so sicher. Ich mach das Licht an, ist manchmal schwierig. Warte mal, magst du das nicht so? Wusst ich doch nicht. Ich hab gedacht, du stehst auf Magie. Ich bin Hexer. Siehste. Siehste? Alter, ich springe genau rein. Das war ja meine Meisterleistung. Ist aber, ja, er ist tot. Muss in diese Richtung. Aber hier liegt doch wieder runter, oder? Na ja, gut. Vielleicht. Ist das jetzt ein Bogen? Ich glaub, das ist ein Bogenblut. Nee, das ist ein... Das ist ein Kehnbogenblut. Ja, ja. Lässt sich Zeit, das ist für mich ganz gut. Stirbt da besser. Das war ja wieder klar. Er taucht wieder zu spät. Naja. Lieber zu spät als nie, ne? Alter. So was könnt ihr nicht machen. Könnt ihr schon, aber... Das ist scheiße für mich. Und zwar maximal... Sag mal, ich... Entferne mich doch schon wieder. Ja, ich lofe in die falsche Richtung. Hätte ich nicht gedacht. Ach so. Da wäre ich jetzt ja so rausgekommen. Der läuft da lang. Dann lofe ich ihm mal entgegen, wa? Ich gehe ihm mal entgegen. Ich bin ja netter. Hoffentlich kann... Ist er... Kann er das würdieren? Wisst ihr? Sagen sie mal. Ähm. Nee. Nee. Ja gut, das muss reichen, wa? Das ist nicht so... Kältemäßig, wa? Aber Feuer ist auch nie so. Ist ich nicht. Der ist sich noch nicht ganz schlüssig. Nee, nee. Nee, 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 nee. Wart mal. Muss jetzt nie sind. Ich brauche bessere Waffen. Habe ich mir jetzt gerade... Für entschlossen. Es wird Zeit, dass ich bessere Waffen finde. Oh, sehen sie da. Ich habe den Berg durchschaut. Besser werden die heute nicht. Warte mal, ich muss jetzt hier ganz, ganz vorsichtig sein, genau. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich hätte auch von da drüben, wie gesagt, den Gang rüberkommen können und dann hätten sie mich alle hier erwartet. Also, nicht, dass ich sowas machen würde. Das wäre ja unklever. Genau hier wie in der Ecke stehen bleiben und sich wundern, wenn man ihn auf den Sack kriegt. Das ist genauso clever. Äh, ja. Sehr leh. Ach, und es könnte wieder zu Geräuschen in den Bikes kommen, in geboren, technischerweise. Weil die tun sie nämlich gerade. Aber das ist, äh, so wie das, ne? Da machst du erstmal nichts. Hallo, Wautzi. Hast du hier eine Repair-Station? Ich würde die dankend annehmen, weil ich habe, ich habe nichts. Äh, nichts habe ich. Den habe ich gar nicht gesehen. Diesen Floh-Zirkus. Äh, äh, Zirkus. Da liegt ein Hund. Und ich sehe die nicht. Maha. Das hätte ins Auge gehen können. So, ist hier nicht hier irgendwo. Ne, hier ist auch nichts. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Äh, da sind Pilze. Ich filze die Pilze. Der Doofe natürlich für mich ist, äh, dass umso mehr die Waffen abgenutzt sind, umso weniger kann ich mich verteidigen. Haha. Eine Weisheit des Kabins. So, ich sehe gar nichts. Äh, ich habe wirklich nicht repariert, wo ich losgelaufen bin. Daran habe ich diesmal nicht daran gedacht. Oh, das ist, äh... Genau, das habe ich mir gedacht. Äh, jetzt muss ich erstmal wieder raus. Kommt er? Ja. Das ist für mich besser... Wenn ich den sehen würde. Aber wenn ich das so mache, ist das... Naja, gut, ein bisschen Feuer habe ich ja. Muss ich erstmal so... Hoffen, dass er mich angreift und dann muss ich den wegrotzen. Äh. Wegmachen. Oh, der wurde angezeigt, ne? Da war er eben. Schön, dass die... Genau, das meint ich. Ich gebe zu, hier bin ich mich damals... Vielleicht in zwei Mal gestorben. In oder zwei Mal. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich die nämlich nicht gesehen habe und... In Massen sind die, äh, beschissen. Äh, die... Natürlich... Oh, ne. Die habe ich gar nicht... Oh! Ecke! Mit dir in die Ecke. Äh, Necke. Na, das ist ja mal doof. Ich glaube, ich bin damals ja näher an die Hunde gestorben. So kann der Schein trügen. Das ist ja mal trügerisch. Aber eigentlich war ich doch geschützt. Schützenderweise. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der war. Der Schöne, die ihr seht, will aber mehr als ich. Das finde ich fies. Von euch. Sag mal, kannst du mal den hier vorne nehmen? Genau den. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist jetzt weg? Der ist einfach weg? Sag mal, wenn ich den jetzt so... Oder ich geh einfach da außen rum? Kann ich hier lang? Boah, ich seh nichts. Ich versuche ganz einfach da mal ganz schnell. Jetzt nehme ich die nächste Wurzel. Tätig jetzt... Höh! Die Wurzel ist wohl nix für uns. Habe ich gerade rausgefunden. Lecko mio! Warum nehmen die denn eben sowas? Alter. Das war nicht gut. Das war ja nicht gut. So, der eine, der es jetzt da unten war... Alter, das ist... Das ist echt muchtig. Hier ist der da. Warum schicken die uns hier hin? Ich kann das doch noch ja... Jut, dann müsste ich erst mal die anderen machen, wa? Kann ich mich zurück teleportieren hier? Und dann erst mal die andere machen? Ich glaube nicht, dass das geht, wa? Geh mal kurz hier in die Ecke. Vielleicht funktioniert das ja. Die kann ich doch ja nicht machen. Was ist denn das für ein Schmuh? Schmuh, Schmuh ist das da. Es geht doch. Ich bin doch für die Wurzel neu an die Bereit. Ich bin so breit. Ich muss erst mal andere Wurzeln machen. Jut, 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 jut. Ich kann ja erst mal die hier machen. Dann machen wir erst mal die. Machen wir die und dann machen wir die nächste und dann kriegt das auch hin. Na gut, wir waren ja letztes Mal hier gewesen. Hätte ich mal gleich machen sollen, ich hält. Weil die, glaube ich, kann ich ja machen. Da lang muss ich pin setzen. Da. Ich glaube, das ist mir möglich. Wir werden es sehen. Da ist aber, will er so neblig. Muss ich langsam versuchen. Ich, Stück für Stück mach ich. Gucken, ob das geht. Oh, hier in Tugend runterfallen ist aber auch nett. Wir werden es versuchen. Und wahrscheinlich bei dem Versuch sterben. Weil das sieht nämlich auch schon, will er so aus. Als ob das, will er, so ein Ding für nicht, für uns ist. Du bist netter. Jut, eher nicht. Aber ich bin ja immer noch sprunghaft. Das ist ne Sache, mit dieser nicht klarkommen. Och ne. Das wehe. Gut. Dann gedacht. Erstmal nichts. Erstmal nichts. Ich hab gedacht, ich mach die platt. Ich glaube, ich muss erst mal meine Waffen zu Hause reparieren. So, jetzt mal ging. Ja, das ist auch nichts für uns. Das ist auch nichts für uns. Ich mach mal erst mal nach Hause und so Waffen nach Hause. Äh, Jans machen. Weil das bringt so nichts. Das bringt uns so nichts. Ja, das ist ja mal doof. Zwei Plätze, die uns überhaupt nichts bringen. Verdammt noch mal. Das hab ich jetzt ganz anders. Jut, hier ist aber auch nur eine. Die könnte ich machen. Die Behen. Dann mach ich erst mal die Behen. Weil das müssen wir... Ja doch, das ist mir möglich. Das heißt, wir werden jetzt erst mal da lang. Hier ist ja auch noch eine. Nee, das ist keine. Aber vielleicht gehe ich erst mal da hin. Und dann so rum. Ist die Nacht schon vorbei? Nee, ist sie noch nicht. Mann, das ist ja heute mal ein Reinfall. Zwei Sachen, wo ich noch nie hin kann. So. Jut. Jut, 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 jut. Sag mal, was ist denn die nächste Stufe hier? Also Flammen stärken. Äh, sag... Oh, fünfe Stück. Fünfe Stück. Und den Helm. Ah, den Mutterhelm hab ich auch noch nicht. Jut, 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 jut. Da muss ich hin. Nee, warte mal, wo hab ich denn jetzt markiert? Da hatte ich markiert. Nee, ich hab bloß... Ach, Mensch. Jetzt hab ich ne Markierung gesetzt. So, jetzt geht's weiter. Mit Inventarzeug, was Janses. Ist ja mal was Janses neuet. Ja, da wollte ich wieder zu schnell zu viel. Jetzt sollten wir mich erstmal daran halten, was hundertprozentig möglich ist. Äh, es leuchtet rot. Nix für uns. Bist du tot. Gut, also erstmal hier lang und dann müssen wir über die Brücke rüber. Also, wie ihr habt. Warum hab ich das denn nicht gleich so gemacht? Ups, was war denn das eben? Ich glaube, das sollte so nicht sein. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier durch. Ups. Wart eigentlich das aber gut. Was sind jetzt wir? So, nehmen wir aber trotzdem mit. Wenn wir schon mal hier sind. Äh, warten sie mal. Kann ich hier durch? Ja. Er hängt... Oh, Mann! Er hat hier festgehangen. Ich konnte nicht. Ich musste springen. Was soll denn das? Das ist doch doof, ist das. Was soll denn das? Das kostet mir wieder Zeit. Zeit! Ja, zum Glück kann ich hier wieder Zeit einholen. Sag mal, ist das... Kommt mir das bloß so blass jetzt auf Ema vor oder ist das so? Wohin war es so schön grün? Jetzt nicht mehr so schön grün. Was ist denn hier los? Wie da drüben hin? Da hinten ist es schön grün. So, Ausdauer ist noch da. Warten Sie mal. Ich warte noch ein paar Sekunden, bis das alle da ist und dann segeln wir hier rüber. So. Ein bisschen Weg sparen hier. Schon lange genug gebraucht. So, da hinten. Da hinten war man doch schon. Weil wir ja doch hinsehen können. Achso, das ist der Turm. Ne, das ist der Turm. Ich bin noch hier komplett... Ich muss doch da rüber. Das habe ich mir doch markiert. Da wollte ich doch hin. Da muss ich hin. Ich bin schon mal auf einem komplett anderen Weg hier. Junge, Junge. Jetzt bin ich in Ruhe. Keine Zeit. Aber auch bald keine Ausdauer. Ja, ja, ich weiß. Alter, wie kann man so falsch schlafen? Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ja, doch. Die habe ich aber schon, ne? Also... Das ist aber gut. Muss ich gleich mal nachgucken. Aber doch, die tat ich schon. Die ist ja schon frei. Ein Bein frei. Wo sie da drüben hin? Dieser dick mal mit dem Schwert machen, ne? Macht sie besser. Wenn sie vor ihnen stehen, dann sollte ich das mal machen. Also, ich muss immer noch hier lang. Nein, nicht da rin. Wie gesagt, da wird sie ja nicht hin. Alter, ich schon mal auf Abwägen. Das kann doch nicht wahr sein. Konzentrieren sie sich. Umso mehr müssen sie schneiden. Die Wege sind nämlich zu krass. Jetzt lobe ich doch schon wieder zurück, oder? Ich bin doof, bin ich. Ich bin heute doof. So, ich muss in diese Richtung für... Nee, jetzt sitze ich mal rein. Ich muss hier lang. Karten lesen war auch mal besser. So. Das ist die richtige Richtung. Oh, oh. Na gut, ich lasse mir hier eh erst mal bloß fallen. Das ist für meine Ausdauer besser. Und für mein Leben. Ah, jetzt sind wir auf dem richtigen Kurs. Alter, Alter, wenn du dich einmal hier verfransen tust, also bei mir jedenfalls der Fall, dann bist du aber aufgeschmissen. Aber richtig. The Carbin-Orientierungsloops. Unterwegs. Wie hättest du gedacht? Aber jetzt sind wir ja wieder richtig. Ja, und dieses Nebelfieh halten wir aus. Was, 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 was? Wer schießt denn? Ach, nee. Wer ist denn da? Und... Hat da jemand geschossen? Da war doch gerade ein Pfeil unterwegs. Da bin ich mir fast ganz sicher. Naja, gut. Ich hab keine Zeit. Ach, da ist er. Du ballerst mich nicht nochmal an. Du bist doch völlig baller, baller. Wo ist ich denn? Höh! Lass mich in Ruhe. Da lang, muss ich. Gehen wir noch auf Kurs? Ich glaube ja. Da lang. 100 Meter in diese Richtung. Dann haben wir das. 20 Jahre später. Endlich kommt er an. An sein Ziel. Naja. 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 Lieber als... Langsam als ja, nicht. Man muss sich auch für das Spiel mal ein bisschen Zeit nehmen. So. Endlich ist er da, wo er hin will. Will ich denn da hin? Dann muss ich ja. Keine andere Wahl. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Der ist schon mal weg. Zum Glück bin ich nicht durch Tor gegangen. Das hätte auch ins Ohr gehen können. Oh, ähm. Ich sehe da eine große Hand. Ja. Ich glaube, wir können die nächste Feuer aufwerten. Ich habe gerade so das Gefühl. Warte mal. Die machen wir erstmal so platt, was? Weil wir irgendwas machen hier. Ja, doch. Am Ende wird alle gut. So, der ist auch weg. Und ich habe schon wieder diese scheiß Falle nicht gesehen. Oh, es schiebt aber auch. So. Hallo, ihr ist. Mal kicken. Oh, doch nicht. Ich kicke später. Jetzt gerade gesehen, dass meine Lebensenergie hoch... Ja, nee, so... Gewaltig ist mächtig. Gewaltig. Hä? Ich habe gedacht, ich habe dich hochgesammelt. Oh, eine Enttäuschung. Äh, eine Täuschung, meinte ich. Wo ist denn der hier jetzt hin? Da ist er! Hey! Der hat ja einen schönen Rennen gezwibelt. Das sollte ich nicht normal machen. Und übrigens, ich kann da wirklich meine Sachen reparieren. Das ist doch safer. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Kein Loot ohne mich. So, bestimmt will ich da nie rindischen. Wollte doch nur die Kiste haben. Na, komm her! Okay. 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 Ich mach die Distanz. Ich geh auf Distanz hier. Hallo, ich muss hier rin. Hä? Was macht der denn? Du, sei nix, sage ich muss hier rin. Der muss ich hier rin. Ah ja, gut. So geht das auch. Ich hatte gerade so den Gedanken gehabt, ich kaufe mir einfach ein Loch hinten rin. Ich meinte natürlich hinten im Zelt. Oh oh, ich kaputt mache. Hey, eine Bombe. Also ich sag mal so, wenn es so weitergehen tut, kommen wir auf denselben Stand von letztem Mal noch. Also dann kommen wir wieder da hin. So ist alles wieder repariert. Weiter geht's. Dass Musik hier rin war und dann geht's los. Na ja, gut. Wollen wir? Eher nicht, aber ist ja wichtig. Eine gute Kiste. Vielleicht. Oh, die wird so ja schon angezeigt. Wie jetzt? Moment mal. Äh, gar Dietrich. Ich habe gar kein Dietrich. Jetzt aber schon. Ein paar Sekunden kann sie sich ja wohl noch zurückhalten. Sie würden noch früh noch sterben. Habe ich jetzt? Ach so. Wie Inventar ist voll. Das ist ja nie wahr. Weißt du, wie, 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 wie leer das ist? Äh, ich meinte... Na ja, gut. Na ja, gut. Ich hätte mal wirklich noch mal nach Hause gehen sollen. Äh, warte mal. Löschen. Löschen. Ich höre da was. Ne, doch nicht. Hab doch nicht stört. Hab's mir eingebildet. So. Ja. Ach so. Ich wollte da... Ich wollte da durchsuchen. Lass mich da durchsuchen. Jetzt sammle ich das auch gleich wieder auf. Wenn ihr einen hält. Das, warte ich wegschmeiße. Sammle ich wieder auf. Finde den Fehler. Wie viele Platz habe ich denn jetzt? Na ja, ein Platz habe ich noch. Warte mal. Das kann ich nur löschen. Aber das brauche ich nachher. Ach, Gras finde ich auch so. Wieder. Äh, gut. Ja, Muttschen. Ich bin schon unterwegs. Wo ist sie denn? Das ist die Alte, die denn auch, äh... Hunde rufen kann. Und die kann Gippen schmeißen. Ach, keine Munition mehr. So war da war hoch. Upsi. Kein Schutz mehr. Naja, die Hälfte ist ja schon wiederig. Schön da neingeschmissen. Äh, schön nicht daneben geschmissen. Kannst nicht weiter, wa? Ne brauchst du nicht mehr. Du bist kaputt. Und ich krieg deinen... Oh, ich hab'n... Besseren Ring. Hä? Wer schießt denn hier? What schießet? Wer ist denn das da? Wo? Wo bist du? Seh dich nicht. Ich seh dich wirklich nicht. Hä? Welcher Penner hat denn jetzt gerade auf mich geschossen? Ich will revanchieren. Ups. Oh, ich werd' dich schon noch finden, Junge. Oh. Das war ja wieder toll. Ja, der muss ja da unten irgendwo sein. Ey, das ist doch blöd. Ich kann doch nicht da unten da kicken. Wo soll ich denn sehen, dass da unten da was ist? Mecker, 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 mecker. Jetzt kann ich da nochmal hin. Mann, ey. 500 Meter in diese Richtung. Toll ist das. Freu mich. Ich brauch' ein Däubchen-Däubchen wieder von euch. Um mich aufzubauen. Ups. Na, das war aber knapp. Also, wenn ich jetzt hier nochmal gestorben wär, dann wär' aber auch... Heiabend gewesen. Oh, Alter, wir sind schon bei eine Stunde und drei Minuten, will er. Auch wenn ich jetzt die Laufwehe hier rausschneide. Könnte heute vielleicht eine leichte Überlänge haben, die Feuer hier. Ich geh' mal schnell da hin und dann hol'n wir unseren Staff wieder. Und dann kill' ich den, der mich gekillt hat. Naja, nee. Da müsste ich mich ja selbst killen. Ja, ich hab's verstanden. Das war doch da unter, ne? Ich konnte das nicht sehen. Ich hab bloß Luthier sehen und zack, booms. Hat eine zum anderen geführt. Das ist frisch. Ey, da ist das frisch. Weil theoretisch dürfte uns jetzt nicht mehr entgegenkommen. Also nicht mehr so viel. Ich bin jetzt, äh, vorhin in eine andere Richtung lang gelaufen. Komme, keywalkt hoch. Äh, das sieht jetzt gerade nicht da aus. Woher hier. Nein. Bleib bei den alten. Ich. So. Ziel ist erreicht. Kaffee jetzt so ohne Tod. Was rast' ich aus. Bin ja nun schon eh mal gestorben. Reicht doch, oder? So, wo komm' ich jetzt lang, ohne zu sterben? Warte mal. Ich mach das mal. Der ist jetzt hier wiesen, wa? Der Dreck hier, der. Kannst du mal hier... Obwohl, vielleicht lüft der ja selbst drin. Ja. Ha, komm, Dummi. Euer eigener Falle wurde euch zum Verhängnis. Ups. Schütze mich. Hallo, sie. Ich muss mal hier... Ich will doch bloß mein Stuff holen. Ich will doch gleich wieder weg. Schillen sie mal. Wir haben doch schon durch. Ihre Bossin ist doch schon tot. Tem. Da. Das war, wie gesagt, Fies. Ach so. Gut. Okay. Halten wir fest. Der Tod kam schnell. Warte mal. Mach ich nochmal schnell weg. So. Lebensraub. Äh. Bei den Gegnern, oder was? Also, wäre ja blöd, wenn das bei mir wäre. Ich geh mal davon aus. Also, Leute. Äh. Ich werd mal schnell nach Hause. Werd mein Stuff schnell, äh. Entleeren. Und dann geht's weiter. Warte mal. Ich werd mal aber hier noch einen Punkt hinsetzen, dass wir uns hierher teleportieren können. Oder da unten irgendwo hin. Äh. Wohin ist ja ja. Hauptsache, irgendwo hin. Ähm. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle. Selbe Welle. Und dann, äh. Je zweiter hier wohl sind. Und hast du nie gesehen. Ja. Das kriegen wir schon hin. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.